Wir sind hier bei Sportfreund Oberau auf dem Sportplatz und natürlich hier hat alles angefangen. Hier habe ich angefangen Fußball zu spielen. Da drüben war hier auch noch ein Rasenplatz, ganz früher. Da habe ich angefangen, meine ersten Tore zu schießen, die ersten guten Bewegungen zu lernen. Ich glaube, als ich klein war, habe ich überall gespielt. Da bin ich einfach querfeld eingerannt und den Ball genommen, zum Tor gerannt und versucht Tore zu schießen. Da war man noch klein, da hat man sehr viel Spaß, da gab es keine Taktik. Wie gesagt, das war in der Zeit das Wichtigste für mich. Wir sind hierhergezogen, meine Familie. Dann habe ich gesagt, dass ich gerne Fußball spielen möchte und hat mich hier angemeldet. Dann habe ich hier angefangen, Fußball zu spielen beim ersten Verein. Am meisten natürlich Dieter Böttcher, der hier auch noch im Verein tätig ist. Ich denke, der hat mich am meisten geträgt. Er hat mich von Anfang an gedreht, schon als ich ganz klein war. Ich denke, er hat immer gewusst, was in mir schlummert. Deswegen kennen wir uns heute auch noch sehr gut und haben einen guten Kontakt. Das freut mich natürlich. Hallo Dieter, alles gut? Ja. Dir auch? Ja, bei mir immer. Fit? Ja, fit sowieso. Wenn ich hier bin, geht es mir immer gut. Bei der Familie, bei den alten Freunden. Dieter, geh mal rein in die alten heiligen Hallen. Ja, okay. Machen wir. Machen wir. So, ich geh mal vor. Geh mal vor. Deine alten Räumlichkeiten. Hast du ja nicht so viel verändert, ne? Ne. Muss man sagen, oder? Ja, man muss sagen, er hat auch schon immer bei den jungen Jahren auf die Spieler viel geachtet, hat immer viel Disziplin gefordert, denke ich, was auch wichtig war. Aber er hat immer dazu die Spieler gebracht, dass sie auch das machen, was er vorgegeben hat. Und ich denke, das war damals auch schon wichtig. Und er hatte immer, wenn was nicht gepasst hat, ein sehr schrilles Pfeifen. Ich glaube, das hat er heute noch. Und darauf hören die Leute heute noch. Genau, das Pfeifen. Das hat er heute noch. Das war damals auch so sein Markenzeichen. Aber wie gesagt, er hat mir damals sehr, sehr viel auch schon beigebracht in jungen Jahren. Was auch sehr wichtig ist, denke ich. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, hier anzufangen. Wir waren damals schon eigentlich ein ganz guter Jugendverein. Und ich nehme an, deswegen war er auch wissbegierig, was da im Training abläuft. Und die ersten Eindrücke waren also die, dass er so stark war als Spieler, dass er auch in der E-Jugend seine Einsätze bekommen hat. Er hat dann also mehr in der E-Jugend gespielt als in der F-Jugend. In der E-Jugend wurde auch mehr gefordert. Und da hat man schon gesehen hier, dass er, obwohl er F-Jugend-Spieler war, den anderen E-Jugend-Spielern mindestens gleichwertig war, wenn nicht sogar schon besser war. Egal, ob das jetzt F- oder E-Jugend oder G-Jugend ist, wird immer gesagt, hier, nehmt euch ein Beispiel. Wenn ihr mal so werden wollt wie der Timmy, dann müsst ihr euch anstrengen, dann dürft ihr kein Training versäumen. Ja Timmy, ich habe dir mal deine alte Farbe mitgebracht. Vielleicht kannst du das mal anziehen, wenn du möchtest, damit du dich auch mal wieder an das Grüne gewöhnst. Wenn du dich anziehen solltest, schmeißt du da rein. Da freut man sich immer wieder zu sehen, so ein Trikot in der Hand zu haben. Dass man weiß, wo man groß geworden ist, wo man angefangen hat zu spielen. Da, wo ich jung war, hier war das wirklich wie eine Familie. Du konntest immer hierher kommen, irgendjemanden hast du immer hier auf dem Sportplatz getroffen. Du hast gefreut, hierher zu kommen, Turniere zu spielen. Und es war einfach wirklich, wirklich schön. Und deswegen komme ich auch immer wieder gerne hierher. Meine Nichte und mein Neffe spielen auch hier, versuchen auch hier ein bisschen mitzukriegen. Und deswegen bin ich immer sehr, sehr gerne hier. Es freut mich immer wieder, alte Gesichter natürlich zu treffen, sich mit ihnen zu unterhalten. Und für mich ist einfach das Wichtigste, dass ich hier vorbeikomme, aber dass ich auch immer weiß, wo ich groß geworden bin, wo ich angefangen habe Fußball zu spielen. Und das ist das Wichtigste. Also der Kleine, den habe ich in der Halle beobachtet. Also so schnell war Timmy in der Halle nicht wie der. Die anderen Kinder spielen und der läuft die Linie hoch und runter. Und das in einem Wahnsinnstempo. Und die Hände auf dem Rücken. Der hat schon ein paar ganz schöne Macken. Von außen sieht er gut aus. Aber dadurch, dass eben ein Haufen Mannschaften da drauf trainieren und spielen. Ja. Der ist immer in so einem guten Zustand. Dieter mäht den immer richtig schön und alles. Und das sieht man ja auch heute wieder frisch gemäht, oder? Hat er mir gerade gesagt. Nicht nur Trainer, sondern auch Kinky. Deswegen. Ja. Also der ist eigentlich immer, muss ich sagen, eigentlich in einem ganz, ganz guten Zustand. Da führt das wirklich so viele Jugendmannschaften und alles hier drauf drin. Ja, es gab immer so Spiele, wo wir hier gegen sozusagen einen Dorfnachbarn gespielt haben. Da gab es immer besondere Brisanz drin. Die waren immer sehr, sehr schön, weil die auch eine ganz gute Jugend hatten. Und ich denke, das waren immer so Spiele, die ja sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Ja, eigentlich müsste der Spann gerade sein, damit der Ball nicht so dreht. So, Dieter kommentiert schon. Auf Wiedersehen.